Die Nachrichten von SRF um 10 mit Korsinka Wierzl. Die USA kritisieren das neue polnische Mediengesetz, welches das polnische Parlament gestern beschlossen hat. Es richtet sich laut Beobachtern vor allem gegen den Nachrichtensender TVN24, der vom US-Konzern Discovery betrieben wird. Das Gesetz unterwandere die Meinungs- und Pressefreiheit, heisst es in einer Mitteilung des US-Aussendepartements. Zudem beschädige es das Vertrauen ausländischer Investoren in Polen. Das Gesetz tritt erst in Kraft, wenn es der polnische Präsident Andrzej Duda unterzeichnet. Er könnte auch ein Veto dagegen einlegen. Konkret sieht es vor, dass aussereuropäische Investoren nur noch mit maximal 49% an Medienunternehmen in Polen beteiligt sein dürfen. Zu zwei weiteren Meldungen aus dem Ausland. In der US-Metropole San Francisco sterben täglich durchschnittlich zwei Menschen an einer Überdosis Drogen. Nun hat die Stadt den Notstand ausgerufen für den besonders betroffenen Bezirk Tenderloin. So sollen rasch und unbürokratisch Notunterkünfte oder psychologische Hilfezentren eingerichtet werden können. Auf den Philippinen sind wegen eines Taifuns laut Behördenangaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm Rai habe zudem in mehreren Provinzen zu schweren Schäden und auch zu Stromausfällen geführt. Mehr als 300.000 Personen im Süden und im Zentrum der Philippinen hatten im Vorfeld des Sturms ihre Häuser verlassen müssen. Mehrere Schweizer Medizintechnikunternehmen haben offenbar eine Klage gegen die EU-Kommission beim zuständigen EU-Gericht eingereicht. Das berichtet die NZZ unter Berufung auf den Branchenverband Swiss MedTech. Hintergrund ist, dass für Schweizer Medizintechnikunternehmen seit Ende Mai strengere Regeln gelten, wenn sie in die EU exportieren wollen, und zwar nicht nur bei neuen Produkten. Das bedeutet mehr Kosten und mehr Aufwand. Dazu kam es, da die EU ein entsprechendes Abkommen mit der Schweiz nicht erneuerte, wegen des Streits um das Rahmenabkommen. Die Verhandlungen dazu hat der Bundesrat abgebrochen. Der Blick aufs Wetter. Über dem Flachland liegt vielerorts Hochnebel, der sich nur stellenweise auflockert. Sonst ist es sonnig bei 2 bis 6 Grad, im Süden gibt es um 8 Grad. Das war Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan von Tobel.